Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lehrfilmreihe über das Hey-Diagramm. Im ersten Teil haben wir erläutert, wie sich das Hey-Diagramm zusammensetzt, sowie die Begriffe Spannungsamplitude, Mittelspannung, Wechselfestigkeit und Dauerfestigkeit erklärt. Aber wie wird das Hey-Diagramm nun abgelesen? In diesem Teil werden wir diese Frage klären und das Spannungsverhältnis R erläutern. Solltest du den ersten Teil noch nicht gesehen haben, kannst du ihn unter folgendem Link finden. Im einfachsten Fall kann aus dem Hey-Diagramm zu jeder Mittelspannung auf der x-Achse die dauerfest ertragbare höchste Spannungsamplitude auf dem Schnittpunkt mit der Goodman-Geraden abgelesen werden. Um das Diagramm aber genau abzulesen, werden zumeist ausgewählte Spannungsverhältnisse eingezeichnet. Das Spannungsverhältnis R ist definiert als Unterspannung σu geteilt durch die Oberspannung σo. Um einige grundlegende Spannungsverhältnisse in das Hey-Diagramm einzuzeichnen, schauen wir uns zunächst verschiedene wichtige Punkte im Diagramm an. Im Punkt 1 schneidet die Goodman-Gerade die y-Achse im Punkt der Wechselfestigkeit. Somit ist die Mittelspannung gleich 0 und die Spannungsamplitude gleich der Wechselfestigkeit. Im Spannungszeitdiagramm dargestellt, bedeutet eine Mittelspannung von 0 eine Symmetrie zur Zeitachse und somit eine betragsmäßig gleiche Ober- und Unterspannung. Lediglich ein negatives Vorzeichen der Unterspannung unterscheidet beide Ausschläge voneinander. Eingesetzt in die Formel bedeutet dies ein Spannungsverhältnis R von –1. Im Punkt 2 liegt der Schnittpunkt der Goodman-Geraden mit der x-Achse entweder im Punkt der Zugfestigkeit RM oder bei eingezeichneter Streckgrenzengerade im Punkt der Streckgrenze RE. Die Spannungsamplitude ist gleich 0. Somit haben wir hier keine schwingende Beanspruchung. Es handelt sich demnach um eine ruhende Beanspruchung. Lediglich die Mittelspannung wird bis zur Streckgrenze bzw. Zugfestigkeit erhöht. Da keine Spannungsamplitude vorliegt, ist die Spannung über den Verlauf der Zeit immer gleich. Die Oberspannung ist somit gleich der Unterspannung. Das Spannungsverhältnis R ist somit 1. Im Punkt 3, genau in der Mitte, also im 45-Grad-Winkel, liegt das Spannungsverhältnis R ist gleich 0. Im Spannungszeitdiagramm bedeutet R gleich 0, dass die Unterspannung gleich 0 ist. Eingesetzt in die Formel ergibt dies also ein Spannungsverhältnis von R gleich 0. Wir unterscheiden drei Bereiche. Den Wechselbereich, in dem trotz der Druck- oder Zugmittelspannung immer auch eine Mittelspannung gleich 0 durchlaufen wird. Den Druckschwellbereich, bei dem der Werkstoff immer unter Druck steht und den Zugschwellbereich, bei dem der Werkstoff bei jeder Schwingung immer auf Zug belastet ist. Im Wechselbereich liegt der R-Wert zwischen minusunendlich und 0. Die Mittelspannung befindet sich entweder im Zug- oder im Druckbereich. Aber die Spannungsamplitude beträgt während einer Schwingperiode immer 2 mal 0, d.h. der Werkstoff ist genau dann nicht beansprucht. Bei reiner Druckschwellbelastung und bei reiner Zugschwellbelastung wird die Spannungsamplitude nie 0. Es liegt also nie ein spannungsfreier Zustand während einer Schwingung vor. Für reine Druckschwellbeanspruchung liegt der R-Wert zwischen 1 und unendlich, bei reiner Zugbeanspruchung zwischen 0 und 1. R gleich 0 ist der Übergang von dem Wechsel in den Zugschwellbereich und R gleich unendlich bzw. minusunendlich ist der Übergang von dem Wechsel in den Druckschwellbereich. In der Regel wird das Dauerfestigkeitsschaubild nach Hay für bestimmte Werkstoffe experimentell ermittelt. Hier werden dann verschiedene Spannungsverhältnisse eingezeichnet. Somit kann der Konstrukteur die dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude für verschiedene Mittelspannungen und Spannungsverhältnisse problemlos ablesen. Während der Erklärung bewegten wir uns lediglich im Wechsel- oder Zugschwellbereich. Die Mittelspannung war somit niemals negativ. Viele Bauteile werden aber auch auf Druck dynamisch belastet. Um diesen Druckschwellbereich ebenfalls grafisch darzustellen, kann das Hay-Diagramm um eine negative x-Achse erweitert werden. Wenn Schwingfestigkeitsversuche mit veränderten Mittelspannungen σM durchgeführt werden, kann erniedrigt sich die dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude für Zugmittelspannungen. Eine Druckspannung hingegen führt zu einer Verbesserung des Dauerfestigkeitsbereichs. Führt man also nun die Hay-Kurve für Normalspannungen im Druckbereich fort, zeigt das Diagramm eine Erhöhung der ertragbaren Spannungsamplitude. Analog der Streckgrenzengerade im Zugschwellbereich gibt es auch im Druckschwellbereich eine Fließbegrenzung. Der Grenzwert auf der x-Achse ist hier die Quetschgrenze σDF. Die Quetschgrenze ist das Gegenstück zur Streckgrenze RE. Dieser Festigkeitskennwert beschreibt die maximal ertragbare Druckspannung, oberhalb der das Material dann plastisch verformt. Die Hay-Kurve oder Goodman-Gerade begrenzt schließlich den noch offenen Bereich. Nun zeigt das Hay-Diagramm den kompletten Dauerfestigkeitsbereich an. Alle Spannungsamplituden unterhalb der Grenzkurve sind dauerhaft ertragbar. Aus dem Verhältnis der Dauerfestigkeit und der tatsächlichen Beanspruchung bei einer gegebenen Mittelspannung ergibt sich ein Sicherheitsfaktor. Der Vorteil des Hay-Diagramms gegenüber dem Smith-Diagramm ist, dass der Konstrukteur zu gegebenen σM-Werten die zugehörigen Dauerfestigkeiten, d.h. dauerfest ertragbaren Spannungsamplituden, direkt ablesen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Dauerfestigkeitsschaubild nach Hay eine einfache analytische Formulierung der Grenzkurven und ein einfaches Eintragen von Betriebspunkten bietet. Das Dauerfestigkeitsschaubild nach Hay stellt eine Grenzkurve dar. Wertepaare von verschiedenen Mittelspannungen und Spannungsamplituden, die genau auf oder unter dieser Grenzkurve liegen, sind dauerfest ertragbar. Der Bereich unterhalb der Grenzkurve heißt daher Dauerfestigkeitsbereich. Um das Ablesen am Hay-Diagramm zu erleichtern, werden oft einige ausgewählte Spannungsverhältnisse R in das Diagramm eingetragen. Das Spannungsverhältnis R ist definiert als Unterspannung σU geteilt durch die Oberspannung σO. Für eine Mittelspannung gleich 0, also für reine Wechselfestigkeit, beträgt der R-Wert –1. Aus dem Dauerfestigkeitsschaubild wird ersichtlich, dass die dauerhaft ertragbare Spannungsamplitude bei Vorhandensein einer Zugmittelspannung abnimmt, bei einer Druckmittelspannung hingegen zunimmt. Die Fließgrenze wird im Zugschwellbereich von der Streckgrenze RE und im Druckschwellbereich von der Quetschgrenze σDF auf der x-Achse begrenzt. Aus dem Hay-Diagramm kann der Konstrukteur zu gegebenen σM-Werten die zugehörigen Dauerfestigkeiten, d.h. dauerfest ertragbaren Spannungsamplituden σA direkt ablesen. Auch kann er sofort entscheiden, ob eine gegebene Spannungsamplitude bei bekannter Mittelspannung dauerfest ertragbar werden kann. Die Fließgrenze